Guten Tag, ich bin Hannes Seemann. Ich bin psychologische Psychotherapeutin und spezialisiert auf Psychosomatik. Ich arbeite ausschließlich oder sagen wir fast ausschließlich mit Patienten, die psychosomatische Störungen haben und dieser ganze Kurs dreht sich um die Psychosomatik. Dieser Kurs besteht aus verschiedenen Bestandteilen oder Wegmarkierungen, die Sie sich angucken können und in jedem können Sie etwas lernen. Erstens mal darüber, mit welcher therapeutischen Haltung ich mit dem Patienten arbeite. Des Weiteren, auf welcher theoretischen Basis das geschieht. Das finde ich ein sehr wichtiges Kapitel. Schauen Sie es sich genau an, denn das ist das, worauf die Praxis aufruht. Alles, was ich praktisch mache, ruht auf der Basis der Theorie lebender Systeme. Danach folgt dann der große Praxisteil, also das Kernstück dieses Kurses, in dem wir Fälle aufgenommen haben. Also Fälle, die häufig auch in meiner Praxis vorkommen und mit Interventionen, wie ich sie öfter mal anwende. Und diese Fälle sind mit Schauspielern, die die Patienten spielen. Denn mit echten Patienten würden wir das ja gar nicht machen können. Denn echte Patienten soll man nicht in die Öffentlichkeit bringen. Das ist selbstverständlich. Aber die Schauspieler, die haben sich auf die Fälle auch vorbereiten können, wer sie sind. Und nach jedem Fall gebe ich auch noch eine Kommentierung ab. Also ich sage noch etwas dazu, warum ich dies mache und jenes und was man daraus lernen kann. Das empfehle ich Ihnen langsam und mit Vergnügen anzugucken. Da lernen Sie am allermeisten. Nun fragen Sie sich vielleicht, für wen dieser Kurs gedacht ist und wer dabei etwas lernen kann. Denn das sind ja Lehrvideos. Und dazu will ich sagen, also für alle Psychotherapeuten, die gerne mal mit Patienten mit psychosomatischen Störungen arbeiten möchten, und zwar therapeutisch. Denn das machen Psychotherapeuten oft nicht. Die Patienten kommen ja, außer dass sie eine psychosomatische Störung haben oder mehrere, auch noch mit anderen Problemen. Und darum kümmert man sich gerne. Was aber in der Psychosomatik wichtig ist, nämlich mit dem Körper zu arbeiten, das haben wir als Psychotherapeuten nicht so genau gelernt. Und dafür ist der Kurs dann gut. Aber natürlich nicht nur für Psychotherapeuten ist der Kurs lehrreich, sondern für alle, die im Therapeutischen mit dem Körper von Menschen zu tun haben. Also Ärzte, Physiotherapeuten, Lehrer sogar auch. Denn die haben ja auch Kinder, die vielleicht Kopfweh oder Bauchweh haben. Also für alle, die sich um die Gesundheit von anderen Menschen sorgen. Aber auch für alle anderen Leute, denn jeder Mensch hat einen Körper und hat hin und wieder psychosomatische Störungen. Und es ist immer gut, schon mal vorsorglich zu wissen, was man macht, wenn man dann mal merkt, dass der Körper eine Störung hat und weiterentwickelt und behält und nicht damit aufhört. Nachdem man dann beim Arzt gewesen ist und nicht so recht weiß, was man denken sollte, dann könnte man sich diesen Kurs angucken und danach weiß man nämlich, wie man damit umgeht. Ich wäre der Meinung, dass man sowas schon in den Schulen lehrt. Aber auch für Erwachsene hat das seinen Sinn. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, wozu dieser Kurs, wenn Sie ihn angeguckt haben, Sie befähigt, dann wüsste ich nicht so genau zu sagen, was Sie damit machen sollten. Wovon ich aber sehr sicher bin und was mir auch sehr wichtig ist. Sie werden danach ein gutes Verständnis dafür haben, wie man mit eigenen oder anderer Leute psychosomatischen Störungen umgeht. Und das finde ich außerordentlich wichtig. Diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die mit Menschen therapeutisch arbeiten, die können diesen Kurs natürlich dazu nehmen, dass Sie sofort in die Anwendung gehen und das, was Ihnen liegt und was Sie gelernt haben, für Ihre Patienten nutzen. Und wenn Sie sich diesen ganzen Kurs jetzt reinziehen und angucken wollen, werden Sie merken, das ist eine ganze Menge. Und wahrscheinlich interessieren Sie sich als allererstes für die Fälle. Würde mir auch so gehen. Ich aber sage Ihnen, es wäre sehr viel besser. Sie würden sich zumindest erst mal die Grundlagen anhören. Dann sehen Sie auch mehr von dem, was da geschieht. Sie sehen es vielleicht in einem helleren Licht. Der Grund, warum ich diesen Kurs so gerne gemacht habe und auch von Anfang an machen wollte, ist nämlich der, dass ich in meinem langen Therapeutenleben schon so viele Vorträge und Workshops und so weiter gemacht habe. Und ich immer dachte, ja, ja, man kann ja viel erzählen. Aber wie man das dann wirklich macht, also wie Therapeuten in der Realität arbeiten, das sieht ja keiner. Und dass ich das jetzt mal herzeigen kann, das gefällt mir. Und jetzt fangen Sie mal an und schauen Sie, was Sie da erwartet.